Leute, meine Glämmenpastos, willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, Leute, und heute musste ich mich wieder unter 100.000 NPCs verstecken und der Mörder, äh, ne, der Detektiv muss mich herausfinden und mein schlauer Freund André ist wieder heute der Detektiv. Denkst du, du findest mich heute heraus? Ich werde dich direkt finden und deine Aufnahmen zerstören, dass du sie als Short hochladen kannst. Okay, lass uns doch einfach küssen jetzt auch mal, oder halt auch nicht. Nö, ich will nicht mehr, tschüss. Okay, dann. Okay, wir starten rein, André ist schon auf der Map, meine Damen und Herren, und zwar seht ihr wahrscheinlich gerade bei ihm, André, zeig mal so die Clowns, die Clowns, Clowns. Yeah, coole Game, wow. Und ich bin hier mit der Community und ich will was sagen, wir entscheiden die Skins, wir gehen rein in die Skinboxen und ich möchte einen, jetzt kommt's, einen postapokalyptischen Skin. Das heißt, Skins aus dieser Season sind okay und oder halt irgend so ein Borderlands Skin oder irgendwie postapokalyptisch Menschen fressen, Gesichtsroboter, äh, Schweinebacke-Skin. So einen will ich jetzt gerne haben. Zum Beispiel sowas. Für die Leute, die jetzt hier gerade das Wien schauen. Sowas. Der postapokalyptisch. Postapokalyptisch. So, wir finden einen Skin heraus, wir suchen einen Skins heraus, Skins der Hose, wo André nicht herausfinden kann. Und ich sag dir ehrlich, André, ich hab schon einen wilden, heftigen Skin, den du nicht herausfinden kannst eigentlich. Hm, seid immer nicht so ganz bewusst. Ich bin mir gar nicht so viel bewusst, aber das ist auch okay manchmal, glaube ich. So, wow, was könnte ein, so ein Skin sein, der halt so random ist oder aber auch nicht random. Weil wir müssen auch überlegen, wie wir das mit dem, mit den ganzen Farben und Fragen und so machen. Was labere ich den ganzen Tag? Boah, der wäre stark. Der wäre, der wäre so random, dass André, ja, ich glaube, André wird nicht checken, dass ich das bin. Backblink können wir entweder rein oder raus machen. Ich überlege gerade, was ich machen soll. Ähm, okay, wir machen den hier rein. Und wir machen am besten, ich glaube, sowas rein. Das ist schon mal gut. Und ich hab einen neuen Plan, denn wir machen noch, warte mal, den hier rein, ja. Den hier, so. Okay, ich bin ready. Wenn ihr ready seid, kommt raus, dann gehen wir rein in die Map. André! Yeah! Du kleiner Affensalat, wir kommen jetzt rein. Ich schieße schon meine Scannerwaffe. Oh, bitte pass auf, sonst sind wir tot. Stimmt. Guck mal, und ich sag dir, heute wirst du mich nicht herausfinden. Ja, okay. Sag ich dir early. Sag ich dir early. Early. Wenn ich dir einen Tipp geben darf, schieße jetzt lieber nichts. Ich schieße jetzt lieber nichts. Okay. Soll ich jetzt schießen? Oh, ich verstehe. Also, nur mal rein aus Ratungsbasis. Ja. Würde ich sagen, dass du Optimus Prime bist. Boah, der wäre wild, wäre ich der. Ja. Aber nur aus Ratungsreise bin ich nicht Optimus Primes. Bist du nicht. Nein, ich bin Optimus Schweins. Du bist Optimus Klein. Ich muss ehrlich sagen, diese Scannerwaffe ist ein bisschen... ...op. Eigentlich darf man sie nur dreimal benutzen. Ich habe jetzt einmal benutzt. Du hast es jetzt hundertmal benutzt, gefühlt. Nein, einmal nur. Weil ich wusste erst ja nicht. Ja. Okay. Okay. Und da war kurz Pause, hätte man gedacht, dass du Kill gemacht hast. Aber ich glaube nicht. Nö, das siehst du ja eigentlich auch, ne? Sehe ich das? Ob ich den Kill gemacht habe. Ja, rechts hoch. Stimmt. Das Ding ist, ich muss halt immer auch achten, wo du bist, weil du hast... Welchen Skin nochmal? Peter Griffin, gell? Ja. Okay. Peter Griffin also. Ja. Also diese Kombination mit diesem komischen Heslondrachen oder was auch immer das sein soll. Ja. Muss man schon sagen, das kann schon Odomar sein. Heslondrache? Ja. Ich weiß gar nicht, wie du meinst. Ja, genau. Vielleicht bin ich ein Heslondrache. Du hast auch Fragen, ne? Also vergiss nicht. Ja, ich überlege gerade, welche Frage ich stelle. Und ich werde heute alles auseinander nehmen. Ich überlege gerade, welche Frage ich stelle. Mhm. Weil ich will nicht immer so diese Standardfrage stellen, weißt du? Mhm. Verstehe. Und meine Frage ist, Odomar? Ja. Ist dein Oberteil die Farbe rot? Nein. Nein. Okay. Das Nein kam schnell, das heißt, Odomar hat nicht gelogen. Mhm. Oh, Odomar hat einen Kill gemacht? Ja. War schon Maschine? Das war ein großer Fehler. Weil ich habe nicht gehört, wo das ist und ich war ziemlich mittig. Das heißt, du hast ihn hier hinten gekillt. Und ich habe die Leute mir gemerkt, die in der Zeit in meiner Nähe waren. Das heißt, ich konnte dich schon mal einschließen. Oh. Ist alle stehen bleiben? Okay, Odomar. Du kannst mir jetzt erzählen, was du mir zu erzählen hast. Was soll ich dir erzählen? Ich weiß, wer du bist. Wer bin ich? Ich stehe genau vor dir. Okay. Tschüss. Woher? Ich habe irgendeine Scheiße gelabert. Das wird ein Short, Freunde. Warte mal. Hä? Digga, wir sind 16 Leute oder so. Okay, 15 ohne mich. Und ich habe dich direkt gefunden und das war einfach nur geraten. Hä? Das ist so eine bodenlose Frechheit, Digga. Junge, wie krass du nicht. Das ist so eine bodenlose... Okay. Ich bin da cool, Digga. Guck dir das an. Oh nein. Keine Brüder. Bitte hör auf. Bitte hör auf. Und guck dir. Ja, genau so will ich das sehen. Alle Likes. Klatscht, André. Klatscht, André. Klatscht, André. Klatscht, André. Klatscht, André. Er wollte ihn. Hast du gar gesehen? Er wollte ihn mit Skillerwaffe töten, Digga. Okay, Leute. Bitte, André. Ey, ich muss ehrlich sagen, er hat aus Glück einen rausgehauen. Aber ich werde jetzt nochmal Detektiv und wir gehen rein in die zweite Runde. Let's go. So, André. Ich gehe rein, Detektiv. Geh rein. Und diesmal, Leute, werdet ihr André seine Facecam mitsehen und werdet sehen, wie er spielen wird. Ich bin mal gespannt. Und ich würde mal sagen, Schnondry, what is your tamers? Mein Thema ist... Ja? Standard Spitzhacke und kein Backbling. Skin is random. Standard Spitzhacke und kein Backbling. Skin is random. Yes. Puh. Okay, das ist aber unfair. Sag ich dir ehrlich. Hä? Lüb mal nicht, Digga. Na, das ist unfair, Bruder. Du bist unfair. Ja, traust du dich das nicht, oder was? Ich traue mich das. Traust du dich das nicht? Ich traue mich das. Ich traue mich das. Ja, okay, okay. Ja, aber du wolltest eh nur mein Minecraft mit diesem traust du dich das nicht. Waschen, aber es hat funktioniert auch ein bisschen. Ja, ne? Wie so ein 5-Jähriger habe ich dir gerade geantwortet. Ich traue mich das nicht. 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 Okay, Andre, erzähl uns über deinen Skin was. Ich nehme mir ein Skin, wo ich weiß, dass du es weißt, dass ich es weißt. Ja, also. Warum machst du es so kompliziert? Ich nehme ein Skin, wo du nicht weißt, wer der weiß einen weiß. Oh yeah, oh yeah. Das sind cool. Oh, du wirst mich niemals rausfinden. Ganz kurz, falls du dieses Video immer noch schaust, okay? Mach mal von Fullscreen jetzt gerade dein Handy oder wenn du am Prinzip bist, von Fullscreen weg. Und jetzt guck den Like-Button an. Und wenn er so leuchtet, musst du draufdrücken. Smash that Like-Button! Okay, bist du fertig oder was? Wir sind fertig oder was? Ich glaube, er hat geleuchtet. Wir gehen alle rein, Junge! Ich habe alle abgeschossen. Hey, bitte nicht. Okay, es ist so schlecht. Es ist so schlecht. Es ist so schlecht. Wir müssen noch eine Runde machen. Stopp, stopp! No! Okay, doch nicht. Digga, ich dachte, du wärst Peter Griffin. Ja, also ich dachte wirklich, du bist echt dumm. So, ich bin euch bewegen. Als ich mit Peter Griffin gedacht habe, dachte ich mir, ey, der Team spielt mit mir. Eh, 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 ehrenlos. Eh, ehrenlos. Er muss eigentlich auf meiner Seite sein. Ihr dürft euch weiter bewegen, ne? Ach so. Oh. Okay, das war gerade Sas. Was, 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 was wir uns bewegen dürfen? Oder er ist Sas, Digga. Er hat halt auch so, er sieht so aus wie André, Digga. Ich sag euch ehrlich. Den hat André sogar, aber den hat, glaube ich, André nicht. Wie? Oder hast du mich geangelogen mit dem, du weißt, dass ich weiß, das für einen Skin du hast? Du weißt nicht, was ich gemacht habe. Ich habe ganz wilde Taktik gemacht. Ich kann sie dir sogar verraten, wenn du willst. Verrat. Ich bin noch kurz im Itemshop gewesen und habe mir extra neuen Skins geholt vor der Aufnahme. Hast du nicht. Hast du? Wirst du es herausfinden? Okay, 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 okay. Okay, wenn du, wenn du dir neuen Skin gekauft hast, ich habe nämlich reingeguckt, was es für Skins gibt. Und es ist dann, dann ist es einfach für mich. Dann ist es einfach für mich? Ja, ja. Okay. Du hast noch keinen Kill gemacht, du Ehrenlosers. Ich habe noch keinen Kill gemacht. Warte mal, also wenn du, wenn das stimmt, dass du. Nee, das, den gibt es, glaube ich, gerade nicht. Oder, gibt es den? Ich habe dich verwehrt, du Kleiner. Du bist markiert. Okay, ein Scan verballert. Das ist gut. Ja, Berus und so. Ja. Okay, die Ehrenlosen haben halt auch mit dir gespielt. Ja. Habe ich gerade einen Kill gehört? Nee, ne? Nee, andere hat noch keinen Kill gemacht. Sonst hättest du das doch gesehen, Mann. Guck mal, das Eklige ist auch, man kann hier einfach in die Häuser und so. Hier war gerade Berus. Berus. Da ist der Kill passiert, oh du Mann. Peter Griffin. Peter Griffin. Peter Griffin. Peter Griffin. Hast du den Kill gesehen? Ich habe den Kill gesehen, ja. Wo war er? In der Mitte der Map. Also, ich habe den Kill auch gesehen, aber von wo kam der Schuss? Gab es, gab es, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Gab es überhaupt einen Schuss? Aha. Nein, gab es nicht. Lügst du? Hä? Es gab drei Schuss. Okay, von wo kam der Schuss? Oh, er sagt Achtung. Okay. Er denkt Skin Contest, er muss sich mit dem Mode überzeugen. Er dreht sich zu arg. Ich glaube, André kann sich gar nicht so schnell drehen. Ich will, dass wir alle bitte hierher kommen. Ich will dieses Drehen üben. Alle hier zum Pool, bitte. Es wird nachgezählt, André. Wenn du nicht kommen solltest, ne? Ja. So. Ja, ein paar brauchen noch kurz. André, ich gebe dir auf jeden Fall noch kurz. Also, ich würde nicht hier stehen. Weil ich zähle durch, dann weiß ich, wer du bist. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf Leute. Mit mir 13 und zwei sind tot. Okay, ganz kurz. André, ich erlaube dir, Zeus zu töten. Ich drehe mich weg, weil er hat Rutschpack. Zeus? Ja. Scheiße, ich habe den Rutschpack immer noch. Ah, habe ich nicht. Oh, danke. Oh, er ist echt tot. André! Du wolltest ihn doch, also, das weiß ich mir doch nicht. So, mein kleiner, süßer Boy. Ja? Macht mal bitte alle. Nein, so, nein, nein, nein. So schnell ihr könnt. André macht extra scheiße, Bruder. André macht extra scheiße und ich muss ihn herausfinden. Und ich sage dir ehrlich, er ist halt anders scheiße, Bro. Er ist halt anders schlecht. Also, okay, 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 okay. Und jetzt will ich, dass ihr euch mal so dreht wie Peter Griffin. Peter Griffin? Dreh dich mal so, genau. Bro, er macht das so kacke, Bro. Aber er ist das, glaube ich, nicht. Er hat jetzt übertrieben. Okay, 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 stopp. Mach noch mal, mach mal ja, Peter Griffin. Mach mal ja, alle. Dauerhaft. Wer bin ich? Wer bin ich? Der ist auch schon schlecht, Digga. Der ist gut. Der ist halt auch scheiße. Hier, hier bist du auf einmal gut, gell? Hier bist du auf einmal gut, Digga. Okay, André, ich frage dir noch eine Frage. Ja? Bist du ein Tier? Ich bin kein Tier. Okay, wir dürfen weiterlaufen. Ich dachte jetzt echt, du wärst 40, Digga. Aber ich bin noch, also ich bin, ich bin, ich muss hier mein Peter Griffin Instinkt hier mal noch usen. Peter Griffin ist fast abgeschossen. Mit meinem Bam, Boom, Boom. Aber ich sag dir ehrlich, ich glaube, ich glaube immer noch, dass er Peter Griffin ist. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube ehrlich, nein. Oder der Box-Typ. Den hat André auch, aber... Ah, ich weiß nicht. Okay, die Tiere sind safe. Tiere sind safe, das bin ich nicht. Ich habe auch nicht gelogen. Aber er könnte auch diese Frau hier sein, weil ich glaube, die Dienstkind hat André auch. Oh, ich habe einen Schuss von hier hinten gehört. Oh, da ist der nächste Kill. Stopp. Ganz smoothie smooth. Smoothie, smoothie smooth. Ganz smoothie smoothie. Also sollen jetzt alle stoppen? Nein, 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 alles gut. Ich glaube, ich muss Peter Griffin rausholen, weil er hat... Guck mal. Also rein theoretisch. Ja. Ah, ich habe es nicht genau gesehen. Aber hier war auch dieser Star Wars Typ. Aber Star Wars könnte André eventuell nicht haben. Weil, den haben wir glaube ich... Warte mal, warte mal. Den musst du mir kurz angucken. Genauer angucken. Ganz smoothie smoothies. Weil ich glaube... Wo ist der Star Wars Typ hier? Stehen bleiben, Star Wars? Das ist der neuere Skin. Und da André auf dem Account, den er gerade spielt, nicht die Skins hat, hat er den auf jeden Fall... So schlecht. So schlecht. So schlecht. Ich bin der beste Spieler der Welt und oh du, man verliert diese Runde. So schlecht. Warte, warte, warte. So schlecht. Da unten. So schlecht. Du bist die Frau. Ja, bin ich. Aber weißt du, warum? Es ist egal, oh du, weil ich habe die Runde schon gewonnen. Es ist nicht, ja. Ich will, dass die... Schwarze... Wo warst du denn die weggerannt? Da oben, wo denn Kill passiert. Der killt fünf Leute lang. Irgendwelche der coolste, du nicht. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich weiß, wer du bist. Nein. Glaubst du? Warte. Warte. Hast du mich angelogen? Äh, ja. Hast du mich echt angelogen? Mit was? Mit irgendeiner Frage? Nee. Du hast mir nur eine gestellt bis jetzt. Das ist nicht André. Das ist nicht André. André ist der, der, der da. Ja. Nein! Nein! Dann bist du die weiße Frau. Ja, Peter Goodfell ist gerade... Bro, ich check gar nichts gerade. Ich bin in Odomans Gehirn drin. Bro, er hat mich echt gedingst. Bin in Odomans Gehirn. Auch nicht? Gehirn. Nein. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute noch leben. Warte mal. Elf, zwölf. Es leben noch drei? Ja. Mit dir, also zwei nur noch. Du hast 50-50-Shops. Versteckt euch. Versteckt euch alle. Verstecken? Warum? Vor, vor dir. Hä? Als ob du jetzt so gut bist, Digga. Ich habe keine Ahnung, wer der sein könnte, ne? Okay, ich bin versteckt, Odomans. Ich glaube, ich habe alle gekillt, bin ich ehrlich. Nein. Einer lebt noch irgendwo. Ich werde das jetzt so ausnutzen. Ist mir egal. Okay, da. Okay, das ist André. Ich habe dich, Bengel. Du musst mich erst mal treffen, du Kack-Loop. Komm her. Eins gegen eins. Komm, an wie er da unten ist. Er ist unsichtbar. André, er ist echt die Box. Er ist echt die Box. Hätte ich niemals erraten, Digga. Okay, ich bin, ich glaube, der schlechteste Detektiv gewesen heute. Ich habe nur einen einzigen von 14 Leuten gerettet. Ich, ich würde, also, wenn ihr mal euer Leben in meine Hand legen müsstet, tut es. Ihr werdet Spaß haben. Okay, Freunde, da muss ich was sagen. Ja, danke fürs Mitmachen. André, Digga, das war. Es ist ein Hempz, Digga. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Lass ein Like, ein Abo, dann schickt André aus. Wir sehen uns morgen bei einem neuen Video. Ich habe euch lieb. Macht's gut und peace.